joo freunde damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen case opening und wir fangen an mit den roma 3 kisten die sind ja noch relativ frisch haben auch ziemlich viel gekostet deshalb hoffe ich einfach mal auf irgendetwas spezielles hier raus ich habe schon sehr viele youtuber gesehen die drei kisten so unglaublich geiles dach rausbekommen und deshalb denke ich einfach ja ich mache es auch mal die hatte ich jetzt bislang noch nie oh gott ist aber ich spiele eigentlich nicht und ich denke mal dass das jetzt aber zumindest mal ein paar wochen lang so geht mit den case opening openings vorgenommen mindest für die koma 3 kollektion für die 2 weiß noch nicht muss ich mir noch überlegen und deshalb könnt ihr euch einmal in der woche darauf freuen ein case opening zu bekommen und immer schön dran reiben ja aber das bislang noch nicht so gut aus eigentlich ist einfach der account da sagten die uhr angeben mg1 regt er nicht so viel in dem ja ich möchte einfach mal einfach mal so ein bullshit ja noch mal dran reiben ja aber einigermaßen erträglich jetzt natürlich nicht noch bei drei euro könnte ich eigentlich verkaufen aber das war es auf jeden fall für dieses case opening und ich sag tschüss bis zum nächsten mal